Mensch, kommt ihr zum Stream? Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr Zeit überhaupt? Es wird lustig, ich kann euch auch Dinge erzählen, die sind delikat. Ich war jahrzehntelang, war ich Zahnarzt und ich kann ihnen sagen, dass die Leute schreckliche Zähne haben. Gerade hier bei uns auf dem Dorf, ich wohne halt auf dem Dorf, da ist es schlimm, da ist es sehr schlimm. Die Leute wissen ja meist gar nicht, wie so eine Zahnwürste zu führen ist, ja? Schwierig, ich weiß. Bereits die kleinste Fehlstellung an Zähnen ist mir sehr wichtig, zu korrigieren. Gerade bei Kindern. So ein Kind trägt eine Zahnspange ja furchtbar gern. Deswegen liebe ich auch diese Zahnspangen, die über deinen Kopf hinausgehen. Wissen Sie, ich mache den Kindern gerne eine Freude mit sowas. Naja, bei mir in der Praxis gibt es nicht so viele Kinder. Du musst gleich wieder in den Schuppen verschwinden. Ich baue da gerade was, ne? Das ist ganz geheim. Das ist geheim. Es ist so eine Art Maschine zum Kinderfangen. Schwierig, ich weiß.